Auftakt zur Rückrunde. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Heiko Herrlichs Team seit 14 Spielen ungeschlagen und doch nur mit Außenseiterchancen. Bayern München ist natürlich der Branchenprimus. Absolut schwieriges Spiel, aber auch beim Hinspiel habe ich ja gesagt, dass wir nicht da hinfahren und uns olympisch sehen. So nach dem Motto, dabei sein ist alles, daher hat sich natürlich nichts geändert. Mut macht die Heimbilanz. Herrlichs Team in der Bay-Arena in dieser Saison noch ungeschlagen. Das Problem, es kommt das stärkste Auswärtsteam der Liga. Die Voraussetzungen sind so, dass wir gegen eine bärenstarke Mannschaft morgen spielen. Im schlimmsten Fall kriegst du vielleicht hier richtig eine Klatsche mit, aber im besten Fall kannst du das Spiel auch gewinnen. Und auf genau diesen Fall hofft Underdog Leverkusen gegen den Top-Favoriten aus München. Das war ein ganz cooles Spiel. Vielen Dank.